So, hallo und alle zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder etwas Spezielles und zwar gibt es ein Video über eine Sache in Minecraft, die du garantiert noch nicht hin musstest, weil das Thema ist so speziell. Ich vermute, damit hat sich wirklich noch keiner beschäftigt. Einzelne Ausnahmen vielleicht. Es geht um eine weitere Schwierigkeitsstufe, die ihr so in Minecraft vielleicht gar nicht kennt oder eine Bewertungsskala dafür. Ich habe jetzt gerade den neuen Snapshot drauf, 17w17b. Es geht aber nicht nur um den neuen Snapshot, es geht auch um der 1.11 und so weiter und so fort und auch den aktuellen Versionen, die schon draußen sind. Nur hier habe ich ein Feature drin, womit ich genau messen oder beweisen kann, dass diese Schwierigkeitsstufe einen gewissen Einfluss hat. Ihr kennt es ja in Optionen, gibt es drei oder genauso noch vier Schwierigkeitsstufen. Friedlich, einfach, normal und hart. Hart spielt man ungern meistens. Friedlich ist aber auch zu easy, deswegen, ich bin immer so ein Easy-Spieler. Ich mache einfach easy, zack und go. Gut. Und ja, damit haben wir also, wenn man das Peaceful mal weglässt, drei Schwierigkeitsstufen, auf denen man gegnerische Mobs bekämpft, auf denen man, ja, gegen sie antreten muss sozusagen. Ich mache jetzt einfach mal auf easy. Okay. Gut. Ja, es gibt aber noch eine versteckte Schwierigkeitsstufe sozusagen, eine regionale Schwierigkeitsstufe. Ich gehe mal ganz kurz hier in den F3-Tab rein und ihr werdet hier etwa sehen, unter den Koordinaten gibt es super viele verschiedene Anzeigen. Und es gibt eine Anzeige, die heißt Local Difficulty. Und dann ein entsprechender Wert dazu, nämlich 0,77 und 00 und Tag 0. Gut. Und jetzt die Frage, was ist diese Local Difficulty? Das werden wir heute klären. Ich vermute mal, damit haben sich viele noch nicht mit beschäftigt. So, das Interessante an der Local Difficulty sind jetzt die Faktoren, die diese beeinflusst und natürlich auch, was sie bewirkt letzten Endes. Aber fangen wir mal langsam an. Also, beeinflusst wird sie dadurch, wie lange ein Spieler in der Welt schon gespielt hat. Das heißt, wenn du eine Welt frisch erstellt hast, dann ist sie eher niedrig und je länger du spielst, umso höher geht sie. Die ist auch gecappt, je nach Schwierigkeitsstufe verschiedenen Positionen. Die regionale Schwierigkeitsstufe auf Easy, also auf Einfach, was wir jetzt beispielsweise gerade haben, schwankt zwischen 0,75 bis 1,5. Aktuell haben wir 0,77. Der erste Tag frisch begonnen. Tag 0 haben wir. Ich habe Timesets 0 gemacht oder so. Super frische Welt, Anführungszeichen. Und ja. Auf Normal kann sie einen Wert zwischen 1,5 bis 4,0 erreichen. Und auf Hard erreicht sie einen Wert zwischen 2,25 bis 6,75. Und das sind schon mal ein paar interessante Werte. Dann, wie wird sie noch beeinflusst? Nicht nur durch die Schwierigkeitsstufen, die man so einstellt, weil sie bewegt sich an einer gewissen Größenordnung, sondern es gibt noch einige andere Dinge. Wie gesagt, die Zeit, in der der Spieler in dieser Welt verbringt, der Effekt startet nach der ersten Stunde des Spielens und geht bis zur 21. Stunde des Spielens. Danach erhöht sich es nicht mehr. Im Prinzip kann man es auch so verstehen, oder was auch noch mit einzählt, ist der entsprechende Chunk, oder wird davon betroffen, nämlich die Zeit, in der ein Spieler in einem Chunk sozusagen verbringt, wird damit gezählt. Und es funktioniert auch folgendermaßen, ob jetzt ein Spieler 10 Stunden praktisch in diesem einen Chunk steht, oder ob 10 Spieler eine Stunde in diesem Chunk stehen, ist egal. Also es kommt im Endeffekt noch selber raus. Und noch eine Sache trägt zu dem Wert hinzu, und zwar die Mondphase. Haben wir gerade Vollmond, haben wir gerade Neumond, Halbmond, wie auch immer. Und der Vollmond ist ja immer so eine typische böse Phase, da ist die Spawnrate von Slimes erhöht und alles Mögliche. Und das trifft unter anderem, oder spielt unter anderem auch ein bisschen mit ein. Okay, dann weiter geht's. Gut, wie genau die Schwierigkeit verwertet wird jetzt im Spiel, da findet ihr ein bisschen Pseudocode im englischen Wiki. Könnt ihr gerne mal reingucken, falls ihr ganz hardcore daran interessiert seid. Aber ich werde mal so ein bisschen über die Effekte beispielsweise reden, die dabei herauskommen. Der Wert wird auch immer ein bisschen auf- und abgerundet, und auf Easy hat es sozusagen keinen wirklichen Einfluss auf das Spielgeschehen, weil durch die Rundung das entweder immer entsprechend abgerundet wird. Und jetzt mache ich gerade mal Folgendes. Ich werde jetzt mal versuchen, künstlich die Local Difficulty nach oben zu treiben, indem ich die Spielzeit erhöhe. Und zwar erkennt ihr den typischen Time Set Command. Und wenn ihr die Zeit, also das betrifft, dieser Time Set betrifft nicht unbedingt die Zeit des Tag-Nacht-Rhythmus, sondern man kann auch die Gesamtspielzeit der Welt damit erhöhen, wo man sich drin befindet. Beispielsweise kann ich mal kurz auf 15.000 stellen. Okay, immer 0,77, passiert nix. Mache ich aber mal 30.000 beispielsweise, dann müssten wir jetzt auf Tag 1 sein. Gut, hat auch noch nicht allzu krass jetzt was verändert. Wie gesagt, man braucht erst eine Stunde Spielzeit, also sollten wir vielleicht ab Tag 3 oder 4, Minecraft Tag 3 oder 4, eine Änderung, ja. Ich mache mal 100.000 kurz. Tag 4, nee, okay, immer noch nix. Machen wir mal 200.000. Und jetzt merkt man was, Tag 8 steht jetzt hier drin, also Minecraft Tag 8. Aber die Local Difficulty ist so eben auf 0,8 hochgestiegen. Also immer hier den Wert im Auge behalten. Gut, jetzt treiben wir das Spiel noch ein bisschen höher. Ich merke nochmal eine 0 hinten dran. Jetzt haben wir schon 1,05 auf Tag 83. Minecraft Tag 83, wohlgemerkt. Da setze ich nochmal eine 0 dran. Dann haben wir 1,1 bei Tag 833. Kann sich natürlich noch ein bisschen erhöhen, je nach Mondphase inzwischen drin. Aber ich bin nochmal ein Stück hoch, nochmal eine 0 dran. Tag 8.330, gut, selber Wert. Jetzt kommt es auf die Mondphase drauf an, dass wir da irgendwas Gutes kriegen. Ich probiere das mal mit 1 und 0. Da habe ich es nämlich schon mal was Gutes vorhin geschafft. 1,0 Tag 41, Tag 416, haben wir 1,1. Nochmal eine 0, 1,08. Okay, jetzt wieder runtergegangen, weil die Mondphase anders ist. Sekunde, ich passe es mal ein kleines bisschen an. Okay, also trotz Mondphasen kriege ich es jetzt auch nicht ganz hoch. Aber wir haben klar gesehen, dass es sich verändert. Ich glaube, es liegt daran, weil ich nur die Weltzeit erhöht habe, die Mondphase erhöht habe. Daran ändert sich übrigens. Und ich habe aber die Zeit in dem entsprechenden Chunk noch nicht erhöht, weil das kann ich sowieso auch nicht künstlich erhöhen. Egal. So, jetzt aber zu den Eigenschaften, was es eigentlich macht oder was es eigentlich ändert. Beispielsweise habe ich jetzt auch nochmal hier wieder auf Timeset 0 gemacht. Und der Wert ist nicht auf 0,75, sondern auf 0,77, weil ich eben schon in diesem Chunk Zeit verbracht habe, weil ich ja hier was gebaut habe und schon gespielt habe und Videos gemacht habe. Naja, wenn ich aus den Chunks von hier vorne einmal wegfliege, werdet ihr bei Local Difficulty sehen, da ich hier noch keine Zeit verbracht habe, wird diese absinken auf 0,75. Und da sind wir 0,75, weil hier habe ich mich noch nie befunden und auch keine Zeit verbracht. So dann, im Wiki gibt es eine richtig schöne Tabelle, wo man so ein bisschen gucken kann, was diese regionale Schwierigkeit eigentlich beeinflusst. Beispielsweise, Mobs spawnen wahrscheinlicherweise mit Rüstung. Wird diese Schwierigkeitsstufe beeinflusst? Mobs, die Waffen der Hand haben, haben mit höherer Wahrscheinlichkeit auf diesen Waffen Verzauberungen. Wird auch dadurch beeinflusst. Mobs, die mit Rüstung spawnen, haben auf der Rüstung möglicherweise öfters eine Verzauberung. Wird auch durch die Local Difficulty beeinflusst. Mobs, die mit verzauberter Rüstung spawnen, haben ein höheres Level an Verzauberung auf ihre Rüstung. Wird auch davon beeinflusst. Skeletons und Zombies sind oder haben wahrscheinlicher die Fähigkeit, Sachen oder Items aufzuheben bei einer höheren Regional Difficulty, als wenn sie niedrig ist. Zombies haben höchstwahrscheinlich öfters die Wahrscheinlichkeit, das hört sich immer scheiße ausgedrückt an, aber sie haben eine größere Wahrscheinlichkeit zu spawnen, sodass sie Türen zerstören können. Zombies haben eine größere Wahrscheinlichkeit mit höherer Regional Difficulty, dass sie den Spieler über eine größere Distanz verfolgen können. Also es gibt so einen Multiplikator dabei, der, manche Zombies haben eine geringe Track-Reichweite, manche haben eine höhere und das geht bis zum 1,5-fachen von denen, die eine geringe haben. Dann als nächstes wäre auch nochmal eine Sache für 5 Dinge. Es gibt sogenannte Leader-Zombies, also sozusagen Zombie-Anführer. Ähm, die haben einen kleinen Bonus an ihren Max-Lebenspunkten und die haben auch eine Chance, Verstärkung zu spawnen. Nicht jeder Zombie, den du tötest, der kann Verstärkung spawnen und die Fähigkeit halt im Türen zerstören haben sie auch. Normalerweise, oder die Chance bewegt sich zwischen 0 und 5 Prozent, dass so ein Zombie kommt. Ihr kennt das ja manchmal, schlagt ja einen, dann spawnt ein neuer und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Ähm, dafür gibt es ganz wenige, teilweise auf einfach, glaube ich, 0 Prozent oder so. Aber wenn ihr eine hohe Schwierigkeitsstufe habt, dann ist auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass diese spawnen. Und, äh, ja, durch die Regional Divide wird das auch wiederum beeinflusst. Slimes haben eine größere Chance, groß zu spawnen, anstatt, dass sie klein spawnen dadurch. Spider, äh, oder Spinnen haben eine größere, ähm, oder eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie die, äh, ne, dass sie selbst einen Statuseffekt haben, also einen Trank-Effekt, Unsichtbarkeit oder so mal die da manchmal haben. Gut, und Blitze haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Skelett-Pferd-Falle auslösen, als bei einer geringen Schwierigkeitsstufe. Ja, und das wird auch nochmal beeinflusst durch diese Local Difficulty. Okay, und jetzt werden wir nochmal ein konkretes Experiment machen, das auch das beweist, was ich eben gerade gesagt habe. Denn, es könnt ihr sehen, dass ich mit der Bullshit labere. Und, äh, ich kann das euch auch beweisen, dass diese Schwierigkeit wirklich existiert. Gut, sie ist angezeigt. Da kann man schon mal sagen, da steht was. Aber auch, dass sie etwas, äh, zu bedeuten hatten, zu sagen hatten. Gut, auf easy hat das ja, so wie es aussieht, keinen Einfluss. Deswegen stellen wir gerade mal auf normal. Und hier, äh, kommt die Formel jetzt so zum Einsatz, dass wir da, äh, etwas messen können. Und zwar recht easy. Und deswegen bin ich gerade in einem neuen Snapshot. Es gibt nämlich einen Illusion. Ah Gott, ich war gerade schon wieder, ähm, ein Illager mit dem Spawnei holen. Hier, äh, Summon. Und dann hier Minecraft Illusion Illager. Den hole ich mal hierher ganz kurz. Das ist ja der neue. Und diese hat die Eigenschaft, erst ab einer gewissen, ähm, regionalen Schwierigkeitsstufe dich zu blinden. Bei einer normalen, so macht das nicht. Aktuell habe ich gerade eine Local Difficulty von 1,57 auf normal. So, jetzt werde ich mal ganz kurz in den Game Mode 0 gehen. Und jetzt gucken wir mal, ob er mich, ähm, blind machen kann. Game Mode 0. Wir sind Schwierigkeitsstufe normal gerade. Hui, macht seinen Zauber. Und jetzt schießt er mich ab. Gut. Was haben wir gesehen? Er hat mich nicht geblindet. So, ich mache nochmal kurz hier. Äh, easy. Äh, Quatsch. Peaceful. Ich mache den ganz kurz weg. Ich hätte noch killen können, aber ich mache wieder auf normal zurück. So, selbe Schwierigkeitsstufe wieder. Ich weiß nicht, ob er einen nochmal blindet oder nochmal sein Wulululu macht, wenn ich mich jetzt nochmal in den Game Mode zurückgehe. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt erhöhen wir die Local Difficulty, indem wir die Zeit dieser Welt erhöhen. Also, Timeset und ich stelle jetzt einfach mal hier kaum richtig hoch. Jetzt habe ich hier eine Local Difficulty, Sekunde, von 2,57. Bei Timeset 0 hat sie 1,57. Und bei 1 Milliarde und 1 Million hat sie 2,57. Und jetzt, meine Freunde, wir sind immer noch auf der Schwierigkeitsstufe normal. Aber diese, also selbe Schwierigkeitsstufe eingestellt. Genau dasselbe. Aber das Monster wird jetzt stärker sein, indem es mich vorher noch blindet. Dazu beschwere ich wieder mit einem Command, den Illusion Illager. Schwierigkeitsstufe ist wieder normal. Ich habe da nichts geändert, nicht getricksen. Ihr könnt das gerne selbst ausprobieren. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz in den, oder wisst ihr was? Ich bin sogar mal so nett. Und mache mal eben Tag. Nicht, dass ihr denkt, dass die Nacht irgendwie da beeinflusst. So, ich habe wieder auf Tag gemacht. Difficulty ist immer noch auf 2,45. Ich weiß nicht, ob ein paar Prozent jetzt was ausgemacht haben. Aber ich teste mal ganz kurz. So, jetzt gehe ich in den Game Mode 0. So, Illusioner. Mach mich blind. Und jetzt hat es funktioniert. Jetzt hat er mich tatsächlich geblindet. Ganz fix. Ebenso. Einfach mal zügig geblindet. Obwohl ich dieselbe Difficulty-Schwierigkeitsstufe eingestellt habe wie vorher. Aber die regionale Schwierigkeitsstufe meiner Welt ist höher gegangen. Deswegen ist er stärker. Und genauso wie das jetzt den Blindness-Effekt des Illagers beeinflusst hat, beeinflusst dieser Wert auch sonst die ganzen Effekte, die ich vorhin eben gerade aufgezählt habe. Und ja. Hättet ihr nicht gedacht, oder? Hätte ich auch nicht gedacht. Bin per Zufall draufgestoßen. Als ich mir die Patch Notes durchgelesen habe von dem Snapshot, als ich am Snapshot-Video machen war. Da habe ich auch so ein Local Difficulty gelesen. Da hat jemand, der Ahnung davon hatte, das schon mit eingetragen in das Wiki. Und da habe ich gleich gedacht, das check ich mal ab. Coole Sache. Hätte ich nicht erwartet. War ziemlich unerwartet. Und ich dachte, ich erzähle es mal euch. Das ist halt jetzt schon ziemlich trockener Stoff gewesen. Es tut mir leid. Ich kann ja jetzt hier nicht so viel machen, bauen dies und das. Aber ja. Wer sich für das Thema interessiert hat, der hat es gelesen, gesehen. Und dann, ja. Weiteres Nachlesen könnt ihr im englischen Wiki machen. Bis dahin. Lass krachen. Bis zum nächsten Video. Jetzt werden noch ein paar Sachen vorgeschlagen. Gerne mal draufklicken. Könnte interessant sein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.